Ich bin hier geboren. Ich habe hier mein Abitur gemacht. Bin hier als Student gescheitert. Ich habe hier den Krebs besiegt und als Langhaariger gegen AKWs demonstriert. Hier lebe ich mit meiner Patchwork-Familie und habe hier mein Unternehmen gegründet und mehr als 1000 Arbeitsplätze geschafft. Bremen ist meine Heimat und auf die will ich endlich wieder stolz sein. Mit Bürokratie wird das nix. Mit Bildung und dem Ansiedeln neuer Unternehmen schon. Denn eins weiß ich genau. Unser Bremen kann mehr. Euer Carsten Meyer-Heder. Bis zum nächsten Mal.